Ich bin's, Fritz Fuchs. Genau, der aus dem Bauwagen. Und ich probiere gerade meine neueste Erfindung aus. Super Aussicht von hier oben. Da ist ja auch schon Lela. Schöne Ferien und viel Spaß in Berstadt. Berstadt. Stürbt der Bär. Toll. Und hier kommt Keks. Wo kommst du denn her? Immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Guck mal, wie süß. Lumpi. Schöner Name. Aber die beklauen mich ja. Was ist passiert? Die Konstruktionszeichnung. Alles weg. Hey, 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 wo bitte? Die Welpen sind weg. Die sind in den Wagen. Hilf an den Motor. Aber was wollen die mit meinen Plänen? Oh, ich hab's so unheiß. Und den Welpen. Und wer steckt dahinter? Roman Senkert. Muss irgendwas mit der Schatzsuche zu tun haben von damals. Roman, hilf mir! Roman Senkert! Roman Senkert. Hier! Wir sind überwiegend! Jetzt geht das Abenteuer erst richtig los. Na jedenfalls, Leyla, Keks und ich freuen uns schon riesig auf unseren ersten Kinofilm. Na geht doch. Löwenzahn. Das Kinoabenteuer. Ich hab' die Schulden. Ich hab' die Schulden. Ja, ich hab' die Schulden. Ah, ich hab' die Schulden. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020